Also ich bin völlig schmerzfrei auf Anblick, auch auf Gerüche, aber es gibt eine Art von Geruch, da kann ich nicht drauf, kriege ich sofort wirklich Reiz. Das ist, stell dir vor, so merkwürdiges klingt, das was man nicht möchte, sollte man besonders genau anschauen. Wenn du einem Geld ziehst, kriegst du keins. Du musst dir also überlegen, wie kann ich Wert nach draußen packen, dann kommt Geld automatisch. Alex, der Titel, reicher ist die Geistnis. Wie hat Robert auf diesen Titel reagiert? Hey Fischer, du hast meine Notlage ausgenutzt, ich gebe dir vielleicht 500 Euro dafür, aber auf keinen Fall mein ganzes Vermögen. Die Schlussfolgerung, die ich aus all den Sachen gelernt habe, so merkwürdig und so hart es klingt, aber wir sind in den Situationen, in denen wir sind, weil wir sie wollen, wir haben nur vergessen, dass wir sie mal wollten. Alex, die Träume, wenn man über die spricht, über die Ziele, die verlieren auch oft ihre Wirkung, dass man durchbrennt, kann das sein? Wie meinst du das? Machen wir mal ein Beispiel. Wenn man seine Wünsche offenbart, jemanden. Ja, also grundlegend hat es damit zu tun, dass damit etwas, also du musst wissen, dass Dinge dann besonders stabil und fest werden, wenn sie nicht völlig offensichtlich sind. So, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Vorstände, nicht einfach, also Vorstände von Banken, die marschieren nicht unten durch den Haupteingang und jeder, sagen zu jedem Hallo und gehen dann irgendwie nach oben und trinken noch mit den Leuten Kaffee, sondern die fahren unten in einer dunklen Limousine in die Tiefgarage, haben dann einen eigenen Aufzug, einen eigenen Schlüssel, sodass sie keiner sieht, weil dadurch ist so eine gewisse Unbekanntheit dort. Und alles, was Unbekanntheit ist oder man nicht genau anschauen kann, wird immer stärker. So, deswegen sind die Sachen, die dich besonders stark belasten, enthalten immer Unbekanntheit. So, und je mehr du deine Ziele offenbarst, je mehr du die Beweggründe deiner Ziele offenlegst, desto mehr machst du sie dir selber auch bewusst, desto mehr werden sie anderen bewusst und desto weniger, desto mehr verlieren sie an Kraft. So, das heißt, das, was du nicht möchtest, solltest du besonders gut anschauen, also das, was du möchtest, was verschwindet, solltest du besonders gut inspizieren und das, was du möchtest, was bleibt, solltest du nicht so besonders gut inspizieren. Hast du verstanden? Also es ist leider ein Mechanismus, der ist genau umgekehrt. Das, was ich die ganze Zeit anschaue, wird immer schwächer, was ich genau sorgfältig beobachte, wird immer schwächer, wird immer leichter. Also Sorgen sollte man sehr genau beobachten, wo kommen die her, gibt es vielleicht frühere, ähnliche Sorgen, gibt es vielleicht ähnliche Bereiche, wo ich ähnliche Sorgen hatte, vielleicht sehe ich nur die Spitze des Eisbergs und es gibt mehr. Das sollte man sehr genau beobachten. Deine Ziele und das, was du möchtest, dass es da ist, solltest du nicht so genau beobachten. Das macht zum Beispiel auch keinen Sinn, die eigene Lebensgefährtin... Auch nicht so oft drüber reden mit jemandem. Bitte? Auch nicht so oft drüber reden. Nein, auch zum Beispiel... Man will gerne drüber reden, um andere Meinungen zu hören, aber irgendwann mal... Nein, ich würde es nicht so sehr machen. Also Ziele und so würde ich relativ genau für mich behalten. Du kannst natürlich allgemein drüber erzählen, aber nicht so konkret. Ich mache mal ein Beispiel, dass es jeder nachvollziehen kann. Wenn du jetzt eine Partnerin hast, dann ist die besonders attraktiv am Anfang, einfach weil du nicht alles über sie weißt. In dem Moment, wo du sie schon mal Furzen gehört hast, sie auf der Toilette gesehen hast und alles mögliche, dann verliert es seine Festigkeit, seine Faszination. Und so ähnlich ist es auch so. Also so merkwürdig es klingt, das, was man nicht möchte, sollte man besonders genau anschauen und das, was man möchte, was bestehen bleibt, sollte man eher ein bisschen vor sich selber und auch vor anderen beschützen. Um nichts abzuwerden. Genau. Erstaunlich. Alex. Ein Tipp für jemanden, der nichts hat, Schulden hat, ich weiß nicht, 10, 20, 30.000 Euro Schulden, hat vielleicht gerade nicht so richtig sein Leben im Griff und er denkt, Geld könnte mir jetzt weiterhelfen, weil das ja eine Ressource ist, eine Art Freiheit ist. Ein Tipp, wie kann man in heutiger Zeit schnell was verdienen? Ja, also in diesem Buch steht auch ein Kapitel, das heißt, wenn du die falsche Frage stellst, das ist genau genommen die falsche Frage und das ist der Grund, warum diese Leute diese Frage immer wieder stellen müssen, weil sie die falsche Frage stellen. Die Frage lautet nicht, wie kann ich schnell etwas verdienen, sondern die korrekte Frage lautet, wie kann ich, wie kann ich jemandem sehr schnell sehr viel Mehrwert liefern? Weil Geld ist ein Gutschein für gelieferten Mehrwert, das heißt, Geld ist der Gutschein, den du zurückbekommst, wenn du jemandem Wert lieferst. Wenn du einem Geld ziehst, kriegst du keins. Du musst dir also überlegen, wie kann ich Wert nach draußen packen, dann kommt Geld automatisch. So, und der Wert muss natürlich, ist subjektiv, das heißt, das was für dich wertvoll ist, ist für deine Frau vielleicht nicht wertvoll oder vielleicht für den Obdachlosen nicht oder vielleicht für den Millionär. Ja, so, also du, das heißt, Wert ist immer subjektiv, es gibt nicht, eins ist wertvoll für alle, sondern du musst überlegen, wer könnte was gebrauchen, wie kann ich den Wert liefern und dann kommt Geld automatisch. Vielleicht nicht eins zu eins, aber wenn du hundertmal mehr Wert lieferst, wird siebzigmal Geld kommen. Wie soll jetzt mehr Geld, mehr Wert liefern? Ja, das hängt, das ist leider so pauschal nicht zu beantworten, weil das hängt von seiner Situation ab. Also Nummer eins ist es wichtig, dass du kannst nur Wert liefern, wenn du Bock drauf hast. So, das heißt also, wenn du eigentlich sagst, eigentlich habe ich keine Lust zu putzen, ich mache es nur, um damit Geld zu verdienen. So, dann putz nicht, mach irgendwas, was dir auch ein bisschen Spaß macht. So, wenn du einen Putzfimmel hast, dann verdiene dein Geld mit Putzen, dann wird deine Arbeit fantastisch sein, die Leute werden dich lieben. Und alles wird wunderbar sein. So, das heißt, such dir erst mal was, wo du auch Bock hast zu liefern, ohne, also stell dir vor, Geld wäre nicht das Ding, in welche Richtung würdest du gehen? So, jetzt ist das Leben natürlich kein Wunschkonzert, wenn du kein Geld hast, aber du solltest immer den Faktor Lieferung, also es muss etwas sein, worauf du grundlegend Bock hast. Ich habe auch nicht auf alles Bock, was ich mache, aber es muss etwas sein, worauf du grundlegend Bock hast, weil sonst kannst du langfristig keinen Wert liefern, wenn du keinen Wert lieferst, gibt es kein Geld. Okay, um da etwas, um da etwas konkreter zu werden, Formel dazu, Enges ein, in welche Richtung möchtest du gehen? Ja, so sagst du zum Beispiel, hey, ich habe früher mich immer mit Garten beschäftigt, das fand ich interessant, wunderbar. So, dann sagst du, okay, super, irgendwie was mit Garten, Gartenhilfe beispielsweise. So, dann gehst du heute in deinem Familienhausgegend mit einem Klemmbrett und klingelst dort und sagst, sieh, ich habe eine Frage, ich bin noch mal überlegen, ob ich nicht so Gartendienstleistungen anbiete, ich habe aber keine Ahnung, was die Leute als wertvoll empfinden. Ja, so, was würden sie denn als wertvoll empfinden? Dann fragst du die. Und der, oder was nervt sie am Garten, also du kannst positiv fragen, negativ, was nervt sie an ihrer Gartenarbeit? Was machen sie gerne, was hassen sie? Ja, so, was würden sie gerne loswerden, warum finden sie das scheiße, was machen sie gerne, warum machen sie es gerne und so weiter. Dann machst du dort mit deinem Klemmbrett 50 Umfragen und was wirst du dann hast? 10 Aufträge. Und, nicht nur das, sondern du weißt dann auch, was wirklich als wertvoll angesehen wird. Und damit ist Geld dann nicht mehr das Problem. Alex, wenn du jetzt nicht mehr bekannt bist und 1000 Euro in der Tasche hast und sonst nichts. Und, okay, eine Wohnung noch, wo du lebst und 1000 Euro. Wie würdest du jetzt vorgehen, du persönlich? Du hast aber nur 1000 Euro. Ja, aber das, aber dein Wissen von heute. Den wichtigsten, den wichtigsten Wert habe ich natürlich mein Wissen. Habe ich meine Kontakte noch oder habe ich die nicht mehr? Ne, keine Frage. Also, ich werde, werde abgeworfen auf, in einem anderen, in einem anderen Land, die zwar auch Deutsch verstehen. Kein soziales Netz, den du jetzt hast, hast du nicht mehr, aber du lebst auch hier in Düsseldorf. Okay. Okay. Keine Kumpels, keine Geschäftspartner. Also, ich habe keinerlei soziales Netz. So, das Erste, was ich machen würde. Du hast die, aber die haben auch nur 1000 Euro in der Tasche, man kann auch so sagen. Ja, okay, aber nee, das wäre ja nicht das Ding. Also, auch wenn sie nur 1000 Euro hätten, wäre es trotzdem, also ich habe kein soziales Netz. So, okay. So, dann würde ich als erstes mir überlegen. Ich meine, du bist nicht alleine irgendwo. Es gibt Menschen. Verstehe, aber trotzdem, schau, wenn meine Kontakte, ich würde sagen, so, hey, wo läuft was. Keine reichen Leute um dich zu. Ja, genau, okay. So, das heißt, das Erste, was ich machen würde, und das wüsste ich ja schon, worauf habe ich Bock? Also, was mache ich gerne? So, und das weiß ich ja schon, was ich gerne mache, und ich weiß auch, was dort als wertvoll empfunden wird. Ja, und dann liefere ich das. Ich habe meine Umfragen gemacht, wenn du so möchtest. So, und wenn ich jetzt herginge, und ich angenommen, das auch nicht wüsste, dann würde ich genau das machen, dann würde ich sagen, so, ich habe Bock, Unternehmer zu unterstützen, und dann würde ich einfach das tun. Würde ich sagen, du, pass mal auf, du bist Unternehmer, würde das Telefonbuch rausholen, würde die durchtelefonieren, sagen, sag mal, was ist dein größter Engpass, wo könnte ich helfen, und so weiter, und so weiter. Die 1.000 Euro würde ich nutzen, um meine Kosten zu decken, und dann würde ich irgendwie so lange telefonieren, bis ich einen habe, der ein Problem hat, das ich schon längst gelöst habe. Dann würde ich sagen, sehr gut, wie viel ist dir das wert? Dann sage ich, gut, dann machen wir das so, du zahlst nichts, ich löse dir das Problem, und wenn es dann gelöst ist, dann zahlst du die Hälfte von dem, was es dir wert ist, dann haben wir beide ein gutes Geschäft gemacht, Deal, ja oder nein, kein Risiko für dich, alles schön, so, soll er dann Nein sagen dazu? So würde ich es machen, und von dort aus würde ich dann wieder weitermachen. Und wenn einer sagt, zum Beispiel, ja, ich habe eine Schwierigkeit, ich hätte gerne mehr Umsatz, würdest du dann einsteigen, sagst du, okay, ich verkaufe, darf ich deine Produkte verkaufen, für einen bestimmten Prozentsatz, oder wie? Ja, das, ne, 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 ich müsste, soll ich, ich mit meinem Wissen könnte sagen, kein Problem, was ist dir das wert, und dann würde ich eben das Problem lösen, weil ich kenne mich mit Marketing aus, ich kenne mich mit Vertrieb aus, ich kenne mich mit Prozessen aus, so, das heißt, also ich würde direkt ihm erfolgsabhängige Beratung anbieten, also von wegen, okay, super, welchen Umsatz machst du jetzt? Aha, wenn du dann diesen Umsatz machst, kriege ich von dem Mehrtrag ein Viertel. Hast du auch einen Buch dazu? Bitte? Hast du auch einen Buch dazu? Du hast ja mehrere Bücher. Ja, also, reicher, ne, reicher als die Geisens ist schon das echte Grundlagenbuch, die meisten Leute unterschätzen es oft. Da steht auch über Marketing was drin? Da stehen die wichtigsten Sachen über Marketing drin. Da kann man zwei, also eigentlich kannst du über jedes Kapitel in reicher als die Geisens wieder einen, wieder einen 10-Stunden-Vortrag halten, das haben wir jetzt auch gerade auf Mallorca gemacht, da haben wir jetzt so die wichtigsten Sachen zu Verkauf, Bedienungshandbuch für den menschlichen Verstand, also wie bedienst du deinen Verstand, sodass auch wirklich optimale Ergebnisse rausspuckt, Geldgesetze, stehen auch in reicher als die Geisens drin, aber ausführlicher mehr habe ich dort noch beschrieben und dann Unternehmerstress, Mitarbeiterstress und so weiter, woher kommt das? Da haben wir so einzelne Sachen gemacht, so, aber vom Prinzip, das meiste steht schon da drin, es ist nur ein bisschen anders wie die Bücher, es ist nicht so alles so konkret, dies, das, jenes, weil das Grundgesetz, schau mal, du hast das Grundgesetz, das ist ganz oben, das ist ein dünnes Heftchen, da drunter hast du das bürgerliche Gesetzbuch, das Handelsgesetzbuch, das Strafgesetzbuch, hast du so viele Gesetzbücher, das Grundgesetz dabei sind nur so ein kleines Heftchen mit rund 200 Paragrafen. So, und unter diesen ganzen Gesetzbüchern sind dann die Verordnungen, die sind, passen ja wahrscheinlich nicht in das Luft rein. So, und tatsächlich, dieses dünne Heftchen Grundgesetz durchdringt alle anderen Bereiche, also alles untere darf dem Grundgesetz nicht widersprechen, das ist praktisch der ganze Rahmen, der alles andere möglich macht, sondern wenn das Grundgesetz gut ist, ist der Rest gut und das Grundgesetz ist gut, deswegen sind die Gesetze relativ gut, die Verordnungen, die wir zurzeit haben, sind nicht ganz so gut, so aufgrund Corona und so weiter. So, aber lange Rede, kurzer Sinn und reicher ist die Geistens, es gibt so Art die Grundprinzipien erstmal und viele Leute wollen halt direkt die Verordnung haben, aber es ist schwierig, die Verordnungen richtig anzuwenden, wenn du das dahinter liegende Grundprinzip nicht verstehst. Weißt du, wie ich mein so, weil wenn wir jetzt hier über Corona sprechen, dann gibt es im Grundgesetz Verhältnismäßigkeit, es gibt die Menschenwürde, es gibt die Bewegungsfreiheit, es gibt das Recht auf Unversehrtheit, also das ist ja das, worauf sich da die Politiker berufen, alle müssen gesund sein, ja aber es gibt auch noch Bewegungsfreiheit und Meinungsfreiheit und ein paar andere Sachen und die sind sehr allgemein und in den Gesetzen wird dann versucht, auf die jeweilige Situation die richtige Balance zu finden. So und reicher ist die Geistens ist, so merkwürdig es klingen mag, eher der obere Teil, den man dann auf tausend verschiedene Varianten anwenden kann. Ich wollte über das Buch etwas später sprechen, aber wir machen später die Verlosung und ich habe da jetzt paar Fragen zu, wir machen das hier. Ich stelle das Titel, reicher ist die Geistens. Wie hat Robert auf diesen Titel reagiert? Er hat mich verklagt, hat mir eine Unterlassungsverfügung mit 250.000 Euro Strafe pro Einzelfall, also eine einstweilige Verfügung reingedrückt, was ja sein gutes Recht ist. Also wir haben das ursprünglich gecheckt, ich habe einen etwas unfähigen Rechtsanwalt beauftragt und habe gesagt, sag mal, kriegen wir da keine Ärger. Dann hat er gemeint, nee, weil er hat das gecheckt, im Markenrecht, Robert Geis hat ursprünglich mal versucht, das Wort Geisens eintragen zu lassen, das ist ihm nicht gewährt worden, deswegen hat er gesagt, das ist okay. Tatsächlich gibt es aber noch einen anderen Weg, wie man da rangehen kann, nämlich Verletzung Persönlichkeitsrechte. Robert Geis sagt, das ist mein Künstlername. Das ist wie die Geschichte mit Grundgesetz. Ganz genau, das ist mein Künstlername und den verletzt du, weil du den werblich ausnutzt. So, Hintergrund der Titel selber, den haben wir eigentlich, habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern wir haben einfach 20 Titel aufgeschrieben, tatsächlich mit einem Freund zusammen, den Titel habe ich auch gar nicht ich geschrieben, sondern er und dann haben wir das getestet im Internet. Im Internet kannst du testen, welcher Titel funktioniert am besten und so weiter und dann haben wir das getestet und der Gewinner mit Abstand war dieser Titel. Also es heißt ja nicht reicher als die Geisens, sondern es heißt, der reicher als die Geisens mit null Euro Startkapital in fünf Jahren zum Immobilienmillionär. Aber dieses reicher als die Geisens plus diesen Untertitel, das war der unendliche Gewinner und dann haben wir das so genannt. Also es war nicht mein Wunschtitel. Hast du so eine Umfrage gemacht? Ja, ich meine Umfragen, weil wenn du, wenn du, wenn du, äh, don't touch a book by its cover, also bewerte nicht dein Buch nach seinem Cover, machen aber trotzdem alle ich auch, ja. So und tatsächlich ist es einfach so, du musst, also Wert ist immer subjektiv. Ich kann dir dafür mal ein Beispiel machen. Wert ist immer subjektiv, ich kann dir dazu mal ein Beispiel machen. Schau, angenommen ich biete dir jetzt eine Flasche Wolvic an, ja. Also was ist die dir wert? 1,50 Euro. So jetzt liegst du am Strand, bist schön eingecremt, um dich rum deine Frau, vielleicht Kinder, ein paar hübsche Mädels, die vor dir rumlaufen und du hast jetzt Durst. Und jetzt kommt einer vorbei und bietet dir eine Flasche Wolvic für fünf Euro. Die kaufst du wahrscheinlich, weil sonst müsstest du dich anziehen, müsstest die Szenerie verlassen, müsstest in den Bad, müsstest in den Supermarkt gehen und so weiter. Also ist sie dir in dieser Situation fünf Euro wert. So jetzt angenommen, du liegst verdurstend in der Sahara. Wie viel ist sie dir dann wert? Wahrscheinlich alles, was du hast. Den ganzen Kamel. Genau, so dir ist sie alles, sagst, ich geb dir alles, oder? So dann bestehe ich nicht auf Vorkasse, sondern lass sie dich austrinken. Was machst du dann? Dann sagst du, hey Fischer, du hast meine Notlage ausgenutzt. Ich geb dir vielleicht 500 Euro dafür, aber auf keinen Fall mein ganzes Vermögen. Also du siehst, die gleiche Flasche hat permanent einen anderen subjektiven Wert. Das ist übrigens auch der Grund, warum Prostituierte sich vorab bezahlen lassen, weil nach dem Konsum der Wert Wert gefühlt sinkt, ja. So, gerade wenn es so eine Erleichterung nach sich zieht, ja. So ähnlich wie ein Verdurstender. Okay. Und das muss man verstehen, Wert ist subjektiv. Und zu denken, du wüsstest, was wertvoll ist, oder du zu denken, du wüsstest, wie Dinge sein sollten, das ist ein schwerer Denkfehler. Und deswegen machen wir das so nicht. Aber es steht auch sehr viel hier drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel geistens mit einem S geschrieben hast, oder mit SZ? Das würde nichts helfen, weil wenn du, wenn du, wenn, wenn Verwechslungsgefahr da ist, wär's trotzdem. Die haben mich dann verklagt, also die haben ja diese einstweilige Verfügung, sie haben mich dann verklagt. Ich habe auch verloren. Aber wir sehen, das heißt immer noch reicher als die Geissens. Hat auch nicht viel, also ein bisschen Geld hat's gekostet, aber nicht viel, weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie man Kriege gewinnt, außer vor Gericht. Bist du reicher als die Geissens? Naja, das Lustige ist, das Lustige ist, dieser Titel heißt ja so, wie er heißt, weil woher, woher glaubt man, dass Reichtum in Euros ausgerechnet würde? Schau mal, wenn du das Wort Reichtum anschaust, dann ist reich der, der alles in Fülle hat. Ich meine jetzt, wenn du dein ganzes Vermögen verkaufst. Kann ich nicht sagen. Wie viel Geld hast du denn ungefähr? Ich kenn das Vermögen, sag ich nicht. Das kenn ich das, ich kenn das Vermögen, ich kenn das Vermögen der Geissens nicht. Es ist für mich auch nicht wirklich wichtig, um ehrlich zu sein, so. Und dann kommt es ja auch drauf an, wie du es bewertest. Also zum Beispiel, was ich jetzt, jetzt gibt es ja, was ich, Firmen, da sagt man, also das Finanzamt bewertet eine Firma zum Beispiel nach dem Faktor 15,8 vom letzten, vom durchschnittlichen Jahresgewinn der letzten drei Jahre. So, also theoretisch kann sich jeder, und das machen ja die Börsenfirmen, kannst du dich auf 100 Millionen hochrechnen, du kannst dich aber auch auf 500.000 runterrechnen. So, also das ist immer, immer subjektiv. Und meine Erfahrung ist, je weniger Geld die Leute haben, desto größer rechnen sie sich. Und je größer sie sind, desto ärmer rechnen sie sich. Also so oder so ist es gar nicht vergleichbar. Also ich sag mal so, ich muss nicht darben. Ich kann machen, was ich möchte und meine Kinder müssen sich auch keine Sorgen machen. Aber ich habe nicht so viel auf dem Konto, weil bei mir halt viel in Immobilien ist. Also eigentlich habe ich selber immer ein bisschen Liquiditätsprobleme, weil dann muss wieder wieder renoviert werden, dann muss wieder eine Fassade gemacht werden. Aber es hat auch den Vorteil, man kann es nicht ausgeben, wenn es in Steinen liegt. Du hast schon viele Wohnungen in deinem Leben besichtigt. Ja. So. Was war so die Schlimmste, die bei dir in Erinnerung ist? So die Übelste? Also die Übelste war ein älterer Herr, der unter Adolf Hitler auf einem U-Boot gedient hatte und in dieser Zeit stecken blieb. Das war in Bohem, es war ein Mehrfamilienhaus, er war im Erdgeschoss. Und wenn du, also ich bin völlig schmerzfrei auf Anblick, auch auf Gerüche, aber es gibt eine Art von Geruch, da kann ich nicht drauf, kriege ich sofort wirklich Reiz. Stell dir vor, jemand trägt sein Hemd drei Wochen und du riechst hinten am Hemdkragen. Das ist so ein fettiger, miefiger, schwerer Geruch. Der hat Zigarre geraucht, der war 85 Jahre alt, hat Zigarre geraucht, hat gerne frittiert, Pommes, eigentlich den ganzen Tag nur. Er hat nie gelüftet, also der hat immer, der hat auch überall Pappkarton dran gemacht, also der hat sich gefühlt wie im U-Boot und er hat Kanarienvögel gezüchtet und ab und zu ist auch mal einer hinter den Schrank gefallen und dann da verwest. Also es hat gestunken vom anderen Stern und zwar so stark, dass wenn du im Erdgeschoss reinkamst, allein durch die kleine Ritze von einem Millimeter oder zwei unten von der Wohnungseingangstür es so reingestunken hat, dass ich im Hauseingang Wirkreiz gekriegt habe. So das war die, die am schlimmsten ausgesehen hat. Da musste ich mir wirklich hier so Vic-Vaporub unter die Nase schmieren, weil sonst war es nicht, also so hier einmal totale Betäubung der Nasenorgane drin sah es natürlich auch entsprechend aus. Und dann gab es noch eine andere, die war nicht so schlimm, aber dort war ich unvorbereitet und dann öffnete ich irgendwie, ja oder habe ich da geklopft, dann hat einer aufgemacht mit so einem Drahtgestell um den Kopf, ja. Weil dann ein paar Tage vorher eine Schlägerei kam und einen Halswirbelanbruch hatte und der hatte dann so einen Draht, also der sah aus wie Frankenstein. Und dann hat er uns ins Wohnzimmer reingebeten und dort hinten waren irgendwelche Nazi-Symbole und woanders war, das war in Dortmund und woanders war, genau und dann lag noch die Anti-Baby-Pille irgendwie so direkt auf dem Tisch und ein Kondompäckchen. Also es war halt so, wo du gesagt hast, okay. Also dich haben mehr Leute schockiert? Mich haben die Leute schockiert und dieses Mindset hat mich eigentlich eher schockiert. Und eben dieser Anblick, weißt du, du arntest nichts Böses, da steht so ein Zwei-Meter-Typ mit einem Drahtkasten um den Kopf vor dir und die waren auch teilweise, glaube ich, sogar in seinem Kopf drin, diese Dinge. Also das war jetzt nicht an, sondern die waren rein operiert. Also der war verbunden mit diesem Kasten. Also das war halt wirklich so, wenn du nicht damit rechnest, genau, wenn du nicht damit rechnest, dann ist das erstmal ein bisschen komisch. Jetzt hatte ich das auch aus dem Konzept gebracht wie mich damals. Wegen Wohnungen wollte ich nochmal fragen. Ah, in heutiger Zeit, du hast ja viele Wohnungen, die Anzahl kennst du nicht mehr so genau, wie du das weißt, sondern nach Quadratmetern gehst du eher. Um die 20.000 Quadratmeter Fläche hast du. Ja, ich habe aufgehört zu zählen. Das liegt aber auch daran, weil ich ja auch gewisse Gewerbeanteile habe. Naja, beim Mehrfamilienhaus, also ich habe einiges in Düsseldorf, das sind halt dann unten Gewerbeflächen. Und mich interessiert ja auch nicht, wie viele Wohnungen es genau sind, weil dadurch wird es ja auch nicht vergleichbar. Also schau, wenn jetzt einer sagt, ich habe 2.000 Wohnungen, ja wo? In München oder in Kastrop-Hauxel oder in Duisburg, das sind ja Unterschiede. So dann, wie viele Wohnungen jemand hat, sagt eigentlich nichts. Das Beste ist eigentlich Quadratmeter Zahl und Lage, weil ich sage mal, keine Ahnung, also ich habe lieber 1.000 Quadratmeter in München als 5.000 Quadratmeter in Duisburg. Und für die Leute, die sich mal für Immobilien interessieren, Folgendes. Wie sollte man jetzt in heutiger Zeit der Anfang? Früher war es ja relativ einfacher. Man konnte sich gute Wohnungen für 20, 25, 30.000 Euro kaufen, die man auch jetzt für 300, 350 kalt vermieten kann. So kann man das finanzieren lassen und bleibt auch dementsprechend was über. Wie ist das denn heute? Weil wenn man jetzt eine Wohnung, sag ich mal, für 60.000 Euro kauft und für 300 vermietet, man bezahlt ja den Darlehen an die Bank. Also Zinsen kannst du abschreiben, Tilgung kannst du nicht abschreiben. Das heißt, am Ende des Jahres zahlst du noch drauf. Und dann bist du irgendwo beschränkt. Du kannst dir vier, fünf Wohnungen kaufen maximal, dann geht es nicht mehr weiter. Wie sollte man da vorgehen? Um auf so viele Wohnungen zu kommen, wie du hast? Die Strategie drinnen. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Die kann man so pauschal auch wieder nicht beantworten, weil ich sage immer so, du musst, also so im Internet wird dir oft angeboten, ja hier das ultimative Coaching, die ultimative Checkliste, mach das und werde reich. Ja, also tatsächlich bist du ja anders als ich. Wir haben andere Fähigkeiten, wir haben andere Ressourcen, wir haben andere Kontakte, wir haben anderes Wissen, wir haben, sind andere Persönlichkeitstypen, wir sind einfach völlig unterschiedlich. So und wir müssen erstmal ermitteln, was ich, was ist, was ist deine Ist-Situation oder du müsstest für dich ermitteln, was ist meine Ist-Situation, was sind meine Schwächen und was sind meine Ideal-Situation. Also die Ideal-Situation ist, wir haben jetzt so viele Hütten wie Alex Fischer beispielsweise, ja. So und dein Plan ist ja das Schließen der Lücke zwischen Ist und Ideal. Und der Plan muss natürlich bei dir anders sein als bei mir. Also er muss auf dich abgestimmt sein. So und so pauschal geht das leider nicht, aber ich kann trotzdem mal, trotzdem mal so ein paar Punkte geben. Auch da steht es wieder drin, es gibt so 14 Schritte zur finanziellen Freiheit, die man haben muss und viele und von diesen 14 Schritten haben mindestens sieben nichts mit Finanzen zu tun, sondern mit Vorbereitung. Also du musst halt einfach die Axt schärfen. Also wenn du jetzt sagst, du hast zwei Stunden Zeit einen Baum zu fällen, dann hat Arjen Lincoln gesagt, wenn ich zwei Stunden Zeit hätte, würde ich anderthalb Stunden die Axt schärfen und eine halbe Stunde hacken. Und die meisten hacken halt sofort los und das ist halt schwierig. So, aber was du grundsätzlich machen musst ist, wenn du jetzt so viel haben willst, dann musst du als erstes Mal schauen, dass du keinen Druck hast. Also dass deine Ausgaben reduziert sind und dass du feste Einnahmen hast, so dass du einfach mal Arbeitsruhe hast. Außerdem musst du deine Bonität aufbauen, also deine Kreditwürdigkeit, sodass die Banken auch Bock haben, dich zu finanzieren. Ohne Kreditwürdigkeit auch nichts. So, dann kommt es darauf an, bist du handwerklich begabt, sind Handwerker in deiner Familie, hast du da Kontakte, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie viel Zeit hast du und so weiter und so weiter. Also wenn du genug Zeit hast und vertrieblich oder kommunikativ bist, ist es kein Problem heutzutage Immobilien zu finden. Es ist halt mehr Arbeit. Du meinst halt, wenn du handwerklich begabt bist, findest du dir eine Immobilie, wo Dach sanierungsbedürftig ist und du bist gerade einer, der sich in Dacharbeiten auskennt und dass man da Hand beilegt und das dann nochmal zum Beispiel teurer verkauft, weil man ja mehr Wert geschaffen hat. Zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich sag mal so, jetzt nehmen wir mal an, du kennst dich mit Handwerker nicht aus, aber du hast Vertriebserfahrung und bist Netzwerktyp. Du könntest dann zum Beispiel Handwerker akquirieren, die 55 Jahre plus sind. Warum? Weil die haben Klientel, das ist älter als sie. Also Handwerker haben üblicherweise Kunden, die sind 10 Jahre älter als sie. So, das heißt, deren Kunden sind 65 und von deren Kunden von 100 sind ungefähr 5 bis 7, haben keine Erben oder hassen ihre Erben. So, das heißt, sie haben gar kein Interesse dran, den maximalen Kaufpreis zu kriegen, sie können eh nichts anfangen damit. So, das heißt, wenn du dir jetzt also die Handwerker filterst und denen genau erklärst, was du willst und der auch Bock hat, dir zu helfen, das ist natürlich alles Arbeit, dann kann dir der genau sagen, weil der hat die letzten 30 Jahre gefiltert, dieser Handwerksmeister. Der kann ja genau, also verstehst du, du kannst auf 30 Jahre von ihm kannst du die beste Essenz rausholen. Du musst halt wissen, wie das geht und wie man das macht, wie man Kontakte aufbaut, du musst ihm genau vordefinieren, was du willst und so weiter und so weiter. Das ist alles möglich. Du musst nur wissen, wie es geht und du musst halt die grundlegenden Werkzeuge des Lebensunternehmertums beherrschen und die habe ich halt hier reingeschrieben. Die meisten Leute checken es nur nicht, wie wertvoll die sind. Vielleicht so, nur dass ihr mich richtig versteht. Ich will ja nicht mit meinem Buch reich werden oder sonst irgendwas, das kriegt ihr auf meiner Webseite alex-fischer-düsseldorf.de gegen Porto-Kosten in der Softcover-Version für 5 oder 6 Euro zugeschickt. Und wem das zu viel ist, dem empfehle ich iTunes oder Google Play oder Spotify. Dort ist das Hörbuch dazu kostenlos hochgeladen. Da könnt ihr euch kostenlos reinziehen, das Hörbuch allein. Du brauchst beides, das Hörbuch, um immer wieder manche Sachen anzuhören, so nebenbei. Aber hier sind auch Sachen drin, die brauchst du wirklich schriftlich. Aber ich denke, diese 5 oder 6 Euro, die kann sich jeder leisten. Und da steht die Fragen, die ich frage, die steht da detailliert beschrieben? Nein, so detailliert nicht, weil das ist ja eine spezielle, das ist ja, sage ich ja, Grundgesetz. Und das wäre jetzt die Ebene, die Ebene Strafgesetzbuch, die du jetzt meinst. Aber es steht zum Beispiel drin, die 7-Kontakte-Regel. Ja, das heißt also, du musst, du darfst nicht einen Kontakt überrumpeln, sondern wie du Kontakte aufbaust, steht da drin. Es steht auch drauf drin, wie du dich selber wertvoll machst, indem du dir überlegst, was sind meine immateriellen Assets, was macht mich wertvoll? Weil du hast dich, ich habe dich ja nicht angeschrieben, sondern du hast mich angeschrieben, weil du denkst, ich habe was zu sagen. So, das habe ich ja irgendwann mal aufgebaut und zwar bewusst vor 20 Jahren, dass ich gesagt habe, was würden andere Leute als wertvoll empfinden und was muss ich mir besorgen, damit die Leute, auf die ich Bock habe, auch Bock auf mich haben. So, und das sind halt so verschiedene Prinzipien. So, jetzt müsstest du dir halt überlegen, was müsste ich haben, damit der Handwerker auf mich Bock hat. Dann gibt es ein Kapitel, das heißt, durch die Brille der anderen schauen. Dann erkläre ich, wie die, was die Hauptschwierigkeiten sind. So, wenn, da gibt es auch Übungen dazu, wie man lernt, durch die Brille von anderen zu schauen. Wenn du jetzt als Immobilieninvestor den Handwerksmeister ansprichst, dann sagt er, verpiss dich. Wenn du ihn allerdings ansprichst, wie, also wenn du vorher durch seine Brille geschaut hast und gut darin bist, dann weißt du genau, wie du ihn ansprechen musst. So, und wenn du nicht durch die Brille schauen kannst, musst du halt eine Umfrage machen, wie man Umfragen macht. Also es sind sehr viele, also es steht jetzt nicht drin, hä, genau so akquirierst du Immobilien, sind ein paar Beispiele drin, aber wenige, sondern es geht eben mehr um die darüber liegenden Prinzipien, die Werkzeugkiste dahinter, wie du das machst. Du kannst aber auch die Liebe deines Lebens damit akquirieren. Du kannst, keine Ahnung, Fundraising, also Geld beschaffen für eine Stiftung. Du kannst alles möglichen, was auch immer du willst. Das sind halt übergeordnete Prinzipien, die du meiner Meinung nach brauchst, um im Leben erfolgreich zu sein. Die Werkzeugkiste, die du eigentlich haben solltest als Unternehmer deines Lebens. Was sind deine Lieblingsbücher, die du damals als eine Art Werkzeugkiste bekommen hast? Also das Hauptproblem, das ich mit den meisten Büchern habe, was mich an den meisten Büchern stört, ist, dass in den meisten Büchern fünf, sechs Informationen drinstehen und der Rest ist bla bla. Das habe ich versucht hier zu vermeiden, deswegen sind da über 600 wichtige Informationen drin. Ich kann dir jetzt nicht so das einzelne Buch sagen, wo ich sage, wow, das war das Buch. Wenn du mich jetzt dazu zwingen würdest, würde ich sagen, Robert Cialdini, die Psychologie des Überzeugens, das wäre eins. Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki wäre eins. Der Trick ist halt, dass du viele Bücher liest und nach diesen übergeordneten Grundgesetzinformationen angelst. Ja, weil wenn du dir nicht bewusst bist, dass es Informationshierarchien gibt, ja, dann ziehst du dir, also verstehst du, und genau genommen ist ja das der Grund, warum es so ein Chaos gerade gibt mit Corona, weil es gibt halt übergeordnete Gesetze, Grundgesetz, dann gibt es, sagen wir mal Infektionsschutzgesetz und dann gibt es Verordnungen und dann gibt es Gewaltenteilungen, es gibt verschiedene andere Sachen und weil aber die Verordnung von, oder die Aussage irgendeines Mitarbeiter des Ordnungsamts genauso wichtig eingeschätzt wird wie das Grundgesetz, deswegen entsteht hier so ein Chaos. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist zum Beispiel etwas, was du wissen musst, wenn du nicht weißt, dass es Informations- und Wichtigkeitshierarchien gibt, dann brauchst du gar keine Bücher lesen, weil dir jede Information gleich wichtig erscheint. Und das einschätzen zu können, was sind übergeordnete Informationen, das ist halt etwas, was man vorher verstehen muss. Genau. Alex, dein bestes Geschäft, den du gemacht hast, war das dieser wahrscheinlich mit den 2,4 Millionen? Ja, ich habe danach noch mal eins gemacht, das war noch ein bisschen mehr, das war so knapp unter 3. Sind das dann mehr Familienhäuser, die du verkauft hast? Ja, also das erste waren 2,4 Millionen, die musste ich versteuern, das zweite waren etwas mehr als 2,4 Millionen und die musste ich nicht versteuern, weil ich das im Privatbestand halte und nach 10 Jahren ist es steuerfrei. So, das war pekuniär sehr schön. Ich habe aber inzwischen, weißt du, was so das Ding ist, was ist der Unterschied zwischen Warren Buffett, also einem der reichsten Leute der Welt und mir, oder was ist der Unterschied zwischen mir und dir, es ist ganz einfach, wir fühlen uns bei anderen Zahlen wohl. Also für mich ist halt die Größenordnung, also die unterste Größenordnung 100.000. 100.000, monatlich, jährlich? Ja, aber einfach so, ich denke in 100.000ern, wenn ich irgendwas mache. Okay. Mindestens, so teilweise mehr. So, ein Donald Trump denkt wahrscheinlich in einen halben Milliarden, wenn er etwas macht oder ein Warren Buffett. So, und tatsächlich ist es immer so, erinnere dich dran, als Kind, wie war es, zuerst hast du in Cent gedacht, dann in Euros oder in Mark oder wie auch immer, wie alt du bist. Also ich habe zuerst in Pfennig gedacht, dann in Mark, dann in 10 Mark, dann in 50 Mark, dann in 100 Mark, dann irgendwann in, dann hat es eine Zeit lang da stehen geblieben, dann habe ich irgendwann in 1.000ern gedacht, dann in 10.000ern und so steigert sich das. Und diese Denke, wenn man die einmal hat, wenn man es nicht geerbt hat, da fällt man auch nicht, also selbst wenn du pleite gehst, du wirst weiter in dieser Kategorie bleiben. Sondern deswegen sind Leute, die sich dort wirklich hingearbeitet haben, die haben auch nie wieder das Problem, wenn sie völlig pleite sind, die brauchen 3-4 Jahre und sind wieder da. Einfach, weil die sich, für die ist das normal. Und das ist zum Beispiel halt etwas, was der Unterschied zwischen mir und anderen ist, aber auch nach oben ist da noch Luft, aber ehrlich zu sein, das interessiert mich gar nicht, weil ich will gar nicht in halbe Milliarden denken. Ich will lieber darin denken, möglichst viel positiv zu beeinflussen. Also ich will nicht der Leben im Universum hinterlassen, sodass ich danach mal sage, der Planet ist anders, weil du da warst. Das ist mein Ding, was mir Spaß macht. Das war Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020